Ja, hallo! Hier kommt nur noch mein Video zur Gamescom. Ja, was soll ich groß sagen? Es war einfach awesome. Ich bin am Mittwochabend angekommen und direkt am Donnerstag ging die große Aufregung los, denn da war das große Mario Kart 8 Turnier. Das war sehr spannend für mich, denn ich habe sehr viele große YouTuber gesehen, einige auch kennengelernt und ich durfte zusammen mit Team GameTube antreten. Oh mein Gott! Ja, leider hat es dann nicht zum ersten Platz gereicht. Ich bin im Halbfinale mit Martin zusammen rausgeflogen, aber wir waren dennoch Gruppensieger und haben uns extrem gut geschlagen. Das heißt, ich habe mich extrem gut geschlagen. Ja, am Freitag ging es dann etwas entspannter weiter. Ich war, glaube ich, kein einziges Mal in einer Halle. Ich habe mich fast den ganzen Freitag nur auf dem Boulevard und am Nordeingang rumgetrieben und habe gequatscht, gequatscht, gequatscht. Ja, ich habe unendlich viele Leute kennengelernt, sehr viele Leute getroffen. Das war sehr spaßig und, ja, wie gesagt, auch sehr entspannend für den Freitag. Ich war eigentlich fast die ganze Zeit mit Trash und Kitty zusammen und, ja, wir hatten unseren Spaß. Tschüss! Ja, am Samstag ging es dann gemütlich weiter, denn da ging es mir nicht so gut. Da war ich leider nur am Vormittag auf der Messe und bin dann irgendwann aufs Hotel geflohen und habe mich etwas ausgeruht. Jedoch am Sonntag war ich fast ausschließlich die ganze Zeit in Hallen unterwegs und meine gute Leute, die waren überfüllt. Aber so ist es nochmal zur Gamescom und auch krass war, eine Bühne an der anderen, ja. Also jede Bühne machte ihre eigene Show, hatte ihre eigenen Leute und man konnte einfach hingucken wo man wollte, überall war Stimmung und Gedränge. Es hat extrem viel Spaß gemacht, auch geil waren die ganzen Cosplayer, also Hut ab, was sie gemacht haben und ja, dann war eigentlich auch schon der Sonntag zu Ende und am Montag bin ich dann endlich wieder nach Hause gefahren, wo schon mein kleiner Hund Kyoto auf mich wartete und sich selber mit Freude. Das war's für heute. Das war's für heute.